Hi, ich bin Marc und willkommen zu einem weiteren spannenden Battletech-Roman. Das ist Battletech Warrior en Garde von Michael A. Stackpole. Battletech ist eine geniale Buchreihe und heute habe ich deshalb mal wieder ein Band davon für euch. Dieses Mal geht es um die großen Häuser der inneren Sphäre und eine Generation der Herrscher, deren Kinder später von noch größeren Herausforderungen stehen werden als sie selbst. Das wirst du mit der Zeit in meinen Videos merken. Aber bleiben wir erst einmal bei den spannenden Ereignissen, die in diesem Buch vorkommen, um das es heute geht. Von seinem eigenen Haus verraten und seines Ranges beraubt, erhält der im Exil lebende Mag-Warrior Justin Allard eine letzte Chance, seine Ehre zu retten, indem er sein Leben in den Gladiatoren-Arenen von Solaris 7 riskiert. Aber sein neuster Game-World-Gegner, der im Mech-zu-Mech-Kampf geschickter ist als jeder andere Rivale, erhöht den Einsatz nämlich noch eine Runde weiter. Es ist Justins Halbbruder Daniel, Lanzen-Kommandant im gefürchteten Söldner-Bataillon der Kelhounds. Sowohl Daniel als auch Justin sehen sich heftigen Kämpfen gegenüber, aber in der inneren Sphäre, wo Adlige seit Jahrhunderte planen, die ultimative Macht zu erlangen, diejenigen, die den Nachfolger des ersten Lords stören wollen, die werden manchmal als Helden, manchmal als Opfer bezeichnet. Und Melissa Steiner, die Thronfolgerin des lyranischen Commonwealth, wird entführt, gerade als ihre geheime Verlobung mit Prinz Hanse-Devian der Vereinigten Sonnen die mächtigste Allianz der inneren Sphäre zementieren soll. Und dann kommen wir nämlich plötzlich wieder zu den zwei Brüdern, zu Justin und Daniel. Die stehen eigentlich auf den entgegengesetzten Seiten in den endlosen Auseinandersetzungen der inneren Sphäre. Und ohne Rang, und der hat noch nicht mal einen Namen, weil den Namen seiner Familie durfte er nicht behalten, und jetzt als Gladiator in den Arenenverband, da hat Justin das gar nicht so besonders leicht. Und Daniel eben als Kommandeur bei den Kelhounds, der Söldnergruppe, ganz schöne Nummer, aber zusammen decken die die Verschwörung auf und versuchen für Melissa Sicherheit zu sorgen und damit für die Sicherheit der ganzen inneren Sphäre. Beiden Männern stehen dabei ziemlich harte Kämpfe bevor, aber in der inneren Sphäre, wie gesagt, wo die ganzen Nachfolgefürsten, und davon gibt es ein paar, ihre Intrigen spinnen, um eben mehr Macht zu gewinnen als die anderen und am Ende sozusagen den Thron des ersten Lords zu besteigen, da werden ganz schön viele Menschen zu Opfern auf dem Weg. Aber wird die hübsche Melissa gerettet? Wird Justin Chung seine Ehre retten? Dieses Buch enthält auf jeden Fall die Antwort. En garde. Denn das ist der Anfang einer weiteren Trilogie von einem meiner Lieblingsautoren, Michael A. Stagpole, den Namen hast du ja schon oft gehört. Stagpole wurde 1957 in Wisconsin geboren, wuchs in Vermont auf und machte dort 1979 seinen Universitätsabschluss in Geschichte. Und seit 87 arbeitet er als Fantasy- und Science-Fiction-Autor und war insbesondere mit den Romanen eben zu Battletech, dann noch Mac Warrior Dark Age, dazu komme ich später nochmal, sowie Star Wars erfolgreich. Deswegen hörst du den Namen so oft. Heute lebt er in Arizona. Und wenn ihr Battletech noch nicht kennt, weil die Reihe ja schon ein bisschen was älter ist, empfehle ich euch aber trotzdem jetzt mit der Reihe zu starten. Denn wir leben in einer digitalen Zeit, da bekommt man die Bücher auch alle noch. Ich jedenfalls kann die Reihe mehr als einmal lesen und finde sie dann trotzdem noch spannend. Aber wenn ihr Battletech schon kennt, das ist dann der andere Fall, schreibt mir doch bitte mal eure Lieblings-Battletech-Bücher oder das Buch in die Kommentare unter dem Video. Ich bin sehr gespannt. Ein Kollege aus meiner Allianz bei Star Trek Fleet Command hat mir gesagt Wolfsrudel. Ich bin mal gespannt, was ihr sagt. Ich sehe euch in meinem nächsten Video. Bis gleich.